Ja Leute, was geht? Fox hier. Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video spielen wir Joey Danger Teil 2. Das habe ich vorhin heruntergeladen. Man kann bis jetzt zusammen spielen. Und ich habe bis jetzt nur Joey Danger Teil 1 gespielt. Das ist glaube ich schon hochgeladen. Und ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn das Video bis zum Ende geschaut habt. Und abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, ich glaube der Spiel heißt Joey Danger 2 The Movie. Heißt das wir spielen jetzt als Film? Oder werden wir als Film aufgenommen? Sofort zweite Taste drücken. Ich will nur über die Lava gucken. Lava? Ich will nicht über Lava. Ich will nicht über Lava. Ich will nicht über Lava. Wie gesagt, es gibt die Lava. Nichts. Kamera. Action. Zack und noch weiter. Ding, ding. Wahoo! Das ist ein bisschen guter. Das ist ein bisschen guter. Zum Glück habe ich es geschafft. So, das ist mal ein Ding mit den Lavagruben. Zeit 36 Minuten, äh 6 über 10 Sekunden. Und so, yeah. Ich habe euch das an der Reihe. Zähne freigeschaltet. Mach dich bereit für das Indiana Bones. Indiana Bones. Fahr mit der Achterbahn. Aber lieber die Zähne. Aufnahme, bereit, Licht, Kamera, Action. Oh. Ich glaube, ich soll die X drücken. Ich muss halt jedes Mal mitnehmen. Yay. Gut, dass ich geduckt habe. Sonst wäre eine Säge durch den Kopf. Und du hast eine 19 freche Automate. Warte für den Tempel des Kablanes. Kablanes. Hauptfünge und weiter. Ja, kostet 2 Sterne und 1 Sterne mit. Sammle die Bananen. Weil wir unter dem Zeitlimit. Warte für die Bananen. Warte für die Bananen. Warte für die Zeitlimit. Ah. Ah. Das meint, glaube ich. Wie ist er? Ah, war uns die Zeit. Wir gehen vor allem noch Bomben werfen. Ach, loslassen? Warum loslassen? Er ist halt schon wieder nicht betroffen. Hä? Ich muss doch die Bananen mitnehmen. Ich muss die Bananen mitnehmen. Hä? Ich muss doch wieder schauen. Ich hab doch losgelassen. Hä? So. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Erst. Vorbein. Ein. Null. Vorbein. Ok, Tiki. Wobei ich versucht habe, die Banane zu holen. Achso, aber ich habe das Lebensalter geschafft. Ich finde es das erste Akte Abenteuer, also fünf von sieben Sternen gesammelt. Ich finde es gut. Das ist der Film, den ich jetzt gedreht habe. Uh, das war ein neuerer Cut. Und Lupe. Okay. Mutterfilm. Schnee? Auch nicht Schnee. Überlegen die Lawine? Warum Lawine? Elbennötige Hilfe. Oh. Jetzt sieh. Drucken. Springen. Springen. Hä? Was ist hier passiert? Warum ist jetzt ein Schneemann? Und der Schneemann ist kaputt. Oh, die Lawine geht immer schneller, wenn ich puste. Also, puste ich nur, wenn es nötig ist. Und nötig. Ich brauche denn die 10k Points. Und jetzt. Duckel. Und Stampf. Und, dann. Und da es genug ist, die haben wir, oder? Duckel. 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 13, 12, 11, 10, 9, 8, okay, 6, jetzt wollte ich noch ein paar andere, aber ich habe nur einen A mit dem E und dem R. Wo ist denn? Ja! Code Fan. Aber lebt die Lawine. Zack. 3 Sterne. Gerne. Jetzt habe ich noch einen Stern. 4, 2, 1, go! So geht das? 152 übertreibt es doch jetzt nichts. Und noch 123. So, das kommt leider. Ja, das spiele ich gerade nicht. Okay, dann ist die Demozeit schon vorbei. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Lass auf jeden Fall gerne einen Like da. Und abonniert gerne meinen Kanal um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao!